Gute Woche 6, 7 und 8. Alle Disziplinen, die wir jetzt angetrainiert haben, werden jetzt ein bisschen intensiver, schön im Turnus abwechselnd gemacht. Das heisst, die Rassen werden immer gerettet, sie werden immer gefahren zu Einspännung und Einspännung, sie werden gepastet mit der Länge heruntergelastet, sie werden am Holzrücken eingesetzt und das wir intensivieren, indem wir die Hindernässe einbauen, die Gelände simulieren, die ein bisschen schwieriger sind und die Vorbereitung auf die Inspektion, was sie dann in allen Disziplinen erfüllen müssen, damit sie dann wirklich zum Trainers werden kann.